ich wollte euch auch noch mal meine kleine sammlung zeigen hier habe ich meine normalen bruce dahinter natürlich auch alles voll so hier habe ich auch noch mal meine bruce hinter auch noch alles voll ist alles ein bisschen gemischt so dann haben wir hier mein kleines schätzchen ich zeige euch das ganze mal so ein bisschen teile ich mir einmal hier oben sind meine steelbooks komplett dahinter natürlich auch nicht so viel in der hand nachher fällt mir noch was runter so und da haben wir natürlich auch etliches an gutes filmmaterial dann habe ich hier unten noch mal so ein bisschen was dahinter habe ich auch dvds und normale bruce dahinter auch noch mal media books habe ich auch ein paar nicht so viele da arbeite ich mich gerade darauf hin dann habe ich hier noch einmal ein sehr sehr tolles steelbook und besonders ein toller film hier unten auch noch mal mit der schönen münze und ganz viele wald disney filme die dürfen natürlich nicht fehlen ich habe zwei kleine kinder das ist dann halt immer unser ritual disney filme gucken dann viel spaß und danke fürs zuschauen